Hey Marvin und wie sieht's aus? Ja grüß dich. Was ist mit deinem Auto? Ja musst du Inspektion mein alter Schätzchen. Ach okay. Wie alt ist er denn? Sieben geworden. Was machst du denn dann hier? Soll günstig sein. Wie günstig? Dann komm mal mit zur Rüschkamp, dann zeig ich dir mal was günstig ist. Siehste Marvin, was habe ich dir gesagt? Bei Rüschkamp bist du mit deinem Auto viel besser aufgehoben. Du bezahlst nämlich bei uns meine Inspektion, nur die Materialkosten, kein Arbeitslohn und alles mit Originalteil. Wie? Warum fahre ich denn immer zu einer freien Werkstatt? Ich dachte der Fachhändler wäre immer teuer. Ja, frag mich doch einfach, Marvin. Also Leute, ich bin der Andreas Schroth und wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo die Inspektion fällig ist und dieses Auto ist älter als sieben Jahre, dann bin ich euer Ansprechpartner. Kommt zu unseren Standorten in Lünen, Dortmund, Selm, Werne und Lüdinghausen. Wir sind garantiert günstiger als die freien Werkstätten und denkt dran, Originalteil.